Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914, hier wieder aus dem schönen Russland. Wir haben unsere ersten Artillerie-Geschütze fertig, haben auch entsprechend, ja, noch wieder die Fabriken erhöht, ne, haben neue Geschütze in Auftrag gegeben. Sind jetzt natürlich ein bisschen knapp bei Gas, aber das ist okay, das sollten wir wieder ausgeglichen kriegen, bis die soweit sind. Und dann können wir da noch ein bisschen Stress verbreiten und noch neue Geschütze bauen. Hier hinten war ja ein Trupp von Österreich, der hat sich so ein bisschen verdrückt, hier hinten kommen nochmal Einheiten nach. Jetzt wäre natürlich die große Überlegung, versucht er hier hinten, eventuell hinten rumzulatschen und uns, ne, so hinterrücks so anzugreifen oder sowas. Ja, das werden wir sehen, ne, wir haben auf jeden Fall noch Einheiten hier. Wir werden hier auch noch ein bisschen Spionageeinheiten dann so ein bisschen aussetzen, die hier noch so ein bisschen Krieg führen können. Ihr hier werdet auf jeden Fall da mal angreifen gehen und uns noch eine weitere Provinz besorgen. Ja, ansonsten läuft hier immer noch so ein bisschen Krieg gegen Frankreich. Der ist zwar so dezent in Stocken gekommen, da geht es im Moment nicht so ganz weiter. Es sind immer noch drei Provinzen übrig. Schweden selber hat Dänemark komplett eingenommen, aber auch hier sehr verlustreich. Und wir sehen hier, die Einheiten, die sind hinüber, im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben so tiefe Moralwerte, die sind schon nicht mehr zu gebrauchen. Also die muss man jetzt erstmal für etliche Tage eigentlich in der Hauptprovinz einlagern. Aber gut, wir gucken hier mal nach Moralen. 29 Prozent, 25 Prozent, die geht noch, aber die ist auf 50 Prozent runter. Die ist auf 48 Prozent runter. Naja, da leidet dann auch ganz schön und da gibt es auch in der Richtung noch ganz schön Verluste. Aber ist in Ordnung. Gut ist, wir haben unsere Geschütze vor Ort. Wir müssen nur gucken, was Deutschland hier produziert. Der hat ja auch einiges an Fabriken gebaut. Bin ich mal gespannt, ob der uns eventuell noch was gegensetzen kann. Momentan ist es ja noch nicht so weit, dass er da großartig was hat. Aber wenn wir hier auf jeden Fall die Geschütze noch mit einsetzen können, wird einiges etwas einfacher. Da können wir zumindest hier die Festung runterbomben und dann dort eventuell noch ein bisschen leichter einmarschieren. Blick in die Zeitung. Hier haben wir noch etliche Bauten. Dann ist hier die letzte Stadt gefallene mit Dänemark 109 und Schweden 146. Das war sehr verlustreich. Dann haben wir Deutsches Reich 94 gegen Frankreich mit 82. Ja. Ja. Und dann, wir haben zumindest noch wesentlich mehr Truppen als Österreich. Also von daher geht das alles noch. Mal gucken, ob wir uns hier halbwegs verteidigen und halten können. Und dann würde ich sagen, schauen wir morgen wieder rein. Bis dahin. Tschüss und bye bye.